Also, die erste Fränkische Weinkönigin wurde ja vor 58 Jahren gekrönt. Die erste Fränkische Weinkönigin. Da muss ich passen, das weiß ich nicht. Aber das ist eine interessante Frage, die gucke ich nach. Aber woher das war, weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Oh, sehr viele. Durch den Alkohol gibt es schon einige. Wein. Vielleicht so 130 pro Glas. So um die 400-500. Oh Gott. Weiß ich nicht. Der erste Weinkeller. Das ist schwierig, weil der Wein hat ja eine sehr, sehr lange Entwicklung durchgemacht. Und wo man dann den ersten Weinkeller gefunden hat, dürfte sehr weit weg gewesen sein. Vielleicht in Ägypten. Mein erstes Glas Wein. Oh, das dürfte ich eigentlich gar nicht sagen. Eigentlich erst so kurz bevor ich Weinprinzessin geworden bin. Weil, ja, für mich, also mich hat Wein davor halt eigentlich noch nicht so wirklich interessiert. Weil ich wollte halt damals als Kind, als ich immer mit im Weinberg war, ich wollte da halt einfach nicht weinen, weil ich musste da meine Ferien halt immer dafür opfern. Meine Mutter hat ja einen Betrieb zu Hause und da war ich schon immer auch als kleines Kind bei den Weinproben der Kunden dabei. Und auch so, wenn dann die Kunden weg waren und das Glas meiner Mutter stand noch da, dann ist man ja doch geneigt, auch als Kind so mit zehn Jahren auch mal zu probieren. Weil, naja, weil ich mehr Ausstrahlung habe, weil ich vom Fach bin und deshalb ein bisschen mehr Hintergrundwissen habe und spontan reagieren kann und somit das Publikum auf meine Seite ziehe. Ja, ich kann natürlich nur mein Bestes geben, aber entscheiden kann ich es natürlich nicht, aber ich hoffe es natürlich ganz arg. Wenn ich den Titel nicht hole, dann geht es für mich wieder in die Pfalz und ich studiere weiter, mache mein Semester zu Ende und dann geht es ins Auslandssemester und ich schaue mir dort dann andere Weinberge, andere Regionen an und lerne andere Menschen kennen. Dann freue ich mich trotzdem, dass ich mich dazu beworben habe, weil ich einfach, ja, trotzdem so viel Neues einfach jetzt gelernt habe und gesehen habe und ja, ich denke, das werde ich dann trotzdem immer noch weiter vertiefen. Modetrends 2014. Was ist angesagt im Frühjahr und Sommer? Angeboten wird viel im Internet und auf Modenschauen. Doch wie sehen die neuesten Trends an normalen Würzburgern aus?